Verte Brümen spielt gegen Chelsea. Klimanfried hat den Ball. Er passt zu Bissero. Monteri nimmt ihn den Ball ab und passt zu Oskar. Gagse bekommt den Ball und lübt ihn zufrieden. Er sieht nur noch wenige Minuten zu spielen und der Ball bleibt im Mittelfeld. Bleibt es bei den 1-0 für Werder? Ja, das ist der Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020